An Göttingen gefällt mir eigentlich am besten das Studentenleben. Es sind sehr, sehr viele junge Leute hier. Sie kommen alle aus ganz verschiedenen Richtungen, sei es überhaupt aus Deutschland oder international, woher auch immer. Und es ist ziemlich cool, einfach wenn man sehr viele neue Eindrücke kennenlernt. Man hat viele Sportangebote, man hat viele andere kulturelle Angebote, die man wahrnehmen kann, auch für vergünstigte Preise. Weil ja viel über ein Kulturticket hier zum Beispiel läuft und das ist echt ziemlich cool, weil das Angebot sehr, sehr groß ist. Außerdem ist Göttingen nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Also man hat irgendwie alles, aber man muss auch nicht eine halbe Stunde mit dem Auto hinfahren, sondern man kann alles easy mit dem Fahrrad erledigen. Das ist echt ziemlich praktisch, ziemlich gut.